hallo meine freunde und herzlich willkommen ich darf euch einen wunderschönen super sahnig geilen freshen tag wünschen und zwar heute mit dem absolut auch ebenfalls sahnigen johnny und bevor ich jetzt sage was sache ist johnny longsword dorans oder was machen wir jetzt hier ja also ich war zwischen shield oder schwert so das ist meine entscheidung ach schwert schwert ja okay ja gut wir gehen schwert wir spielen wir spielen iwan und rengar bot lane ich als quasi first time ringer nicht ganz aber er als first time iwan vielleicht auch nicht ganz heute johnny entdeckt iwan also ich würde sagen ja ab level zwei wenn wir dann noch in die nähe eines busches kommen ist free wir haben uns wir haben uns auch die übelste synergie ausgedacht und zwar ich habe schielt bäsch und er hat natürlich sein schielt und damit werden wir einfach mit der kabel zusammen ihnen die gegner irgendwie irgendwie ja guck mal an das klappt doch wunderbar hier ja ich kann jetzt meinen ersten busch platzieren ist eigentlich gar nicht so schlecht muss man sagen ja aber ich muss sagen das wird ab level drei wahrscheinlich so unsere lane ja also spätestens ab level 16 würde ich sagen sehe ich mich da ja auf jeden fall deswegen wollte ich viel ja und dann sehen wir auch nicht dass sie mich gerundet haben da war so schlecht ich kann leider nicht mehr ich habe halt leider nicht ready gerade wir müssen ja 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 wunderschön wurden der schön studiert ich wusste fast bei der hälfte der sachen was ich muss also jetzt mal ohne witz hier 200 200 jetzt schon finde ich ein bisschen broken ehrlich gesagt ja also ab jetzt ist free ja also ich meine es war zwischen jetzt einfach ja ich bin jetzt einfach beide im bellwein drin pass auf der plan wir lassen sie pushen und dann töten wir sie ja ok darf ich sie jetzt töten oder ja lass ich vielleicht ein paar von diesen dingern hier nehmen aber eigentlich stellst du unseren busch hin und dann töten wir sie ja ja aber ich näher sie stell dir den busch zu wird das immer ablauf meister ne erst tötest du sie und dann zuerst sie ach so gut das sei jetzt jetzt zum beispiel könntest du wenn du lust hast und ja einfach schon mal ein bisschen respekt ja 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 ich habe keine spells ready das war gar nicht schlecht ja das ist ein bisschen so ja ich hab dich ja doch nicht ja vielleicht wie mache ich das hier noch ja 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 ich hätte das ok das ist da bin ich auch schon wieder raus du hast aber ein stack bekommen oder nicht da kabel stick ja dann war das wurf also die ist aber groß wirklich selten muss ich das mal können wir können wir mal kannst du ihren busche machen dann tun wir so als wäre da niemand drin und dann sind wir da aber drin ich komme ich komme ich komme nach rechts darf nach rechts und überlebe nein das ist geil das kann die büste kommt alle das ja morgen nach noch ein hier so viele habe ich habe euch auf recht wo kann der näher gleich gesehen ist so ein richtiger jumpscare habe ich gar gar nicht gesehen ja ich hab's jetzt aber alter wie schaden ringer bitte macht what the fuck so ich habe jetzt traktar bleibt minuten acht man kennt ja doch kann ich also kann ich wirklich mir fehlt ein millimeter kannst du dich einfach eine extension hier so eine busch verlängerung dran machen also ich kann ich kann ja auch nicht vor der verlängerung verpassen ja ich glaube ich bin tot ich lebe aber noch ich habe noch hier ich habe noch hier ich habe noch hier ja 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 das ist der falsche okay scheiße ja ich wollte ohne witz du bist wie so der böse teufel auf der schulter ich wollte eigentlich traktar bleibt kaufen ja das ist natürlich an sich eine gute idee danke dass du mir das sagt sagt aber jetzt jetzt können wir das machen ich schlüpfe jetzt in den busch rein dann geht's los jetzt geht's los es geht los ja 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 nee warte jetzt okay ich lasse mich erst fahren ja ich würde schon mal aber ich brauche einen busch und du bist tot das habe ich ich halte jetzt eine minute bist du wieder da bist die füße stellen ich bin gebreitet das ist mir sechs mal passiert und dann war ich auch schon tot ja es ist es ist extrem schwer die füße flach zu halten kann nicht flach halten oder stehen aber ich mache das jetzt flachfüße hast geht das schon da bin ich ehrlich aber ich habe die explodieren ledger ja dann die müssen also wir müssen ja ich richtig ja moin was nie los ja what the fuck hier hier stellt einfach mal hin das klappt ich sagst ihr das klappt jetzt einfach rein jetzt müssen wir warten bis der irgendeine beute vorbei ja jetzt geht's los ja jetzt geht's los ja warte warte ich mach mal eben denn ich muss ich mache erst mal hier ja den habe ich habe denn ich hatte ich habe den ja 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 ich glaube die waren etwas med wegen vor allem etwas nachtragend aber du redest halt gerade in fünf leute ja ich weiß aber ja ist aber kein ding für mich okay hier oben gibt es ja weiter geht ja sehr gut wo der schon tot hier hast du noch muss noch einen ja okay bleiben wir erst mal stehen und denken über unsere berlin machen lassen wir werden wir müssen werden machen um ehrlich zu sein alle wieso springt eigentlich immer links rechts da haben wir eigentlich schaden hast du ein busch also lauf machen busch wird erlaubt ja okay dann ich bin auf deiner seite ja aber ich brauche busch auch locker sagt ob die stadt auf dem busch ich brenne ich brenne heilung hier schild okay also ich werde permanent gezielt das ist ein bisschen wirklich das ist aber ok ja ich habe mir erst mal den boy das hat geklappt hier kommt kommen ja hier geht's los hier geht's los hier geht's los ja das ist was ich sage ich bin da ja ich mache den oder ja geil das ist durch die blume heraus weißt du kennst das das aber auch einfach echt gut also jetzt mal jetzt ist halt einfach gut und komme ich kann die ganze hast du was hast du was hast du was ja aber jetzt hast du was dass ich habe nie an gezeugt ja ohne ohne dich ist alles doof also der bluboff ausgelaufen werden die warum macht ihr das jetzt bin ich tot ich sag's dir ich bin tot nein du musst zu mir kommen und dann ist alles gut ok ok das ist genau die andere richtung oh lol outplayed komm doch zu mir ja ich hab kein blät da richtig outplayed habe ich ihn ich hab sogar noch viel ich hab hier ja das ist gar nicht so schlecht das ist gar nicht so schlecht das ist gar nicht so schlecht ja moin hast du mal was ich brauche deine ich bin hier durch das experience wegen dir anlaufen ja können wir vielleicht versuchen zu gewinnen das ist so der maxim effekt ich muss trotzdem sagen es war eine schöne runde und hat sehr viel spaß gemacht und damit würde ich sagen auf wiedersehen viel spaß johnny möchte hast du noch letzte worte für angehende alvern mains äh 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 puh holt euch n äh äh